hallo freunde des lichts ich bitte meinen aufzug zu entschuldigen aber es ist wirklich sehr warm heute und den bienen ist es egal man muss es trotzdem machen ich will jetzt noch diese eine königin die da trotzdem noch rum gesprungen ist in diesem abidea obwohl sie zuerst keine anzeichen gefunden habe die will ich jetzt mal versuchen zu finden und zu zeichnen muss ja sein muss ja wissen was geht ich sehe sie nicht aber die stifte sieht man jetzt mehr als deutlich ich hoffe ihr seht es auch ich halte einfach nur mal vor die kamera und denke dass sie sehen könnt aber ich sehe das mädel nicht die moment hauptattraktion sehe ich nicht schau mal im vorderen rähmchen da gibt ein bienchen hinweis auf tracht seht ihr die die zeigt wo es lang geht wo man zeug holen kann ich vermute mal dass es schon akazie sein wird aber das noch eine die gibt auch noch mal an mit pollen an den füßchen ne hier sehe ich sie auch nicht wird mich nicht wundern wenn ich nachher das video anschauen ich sehe sie dann weil es oftmals so wenn ich hier am suchen bin und ich sehe madame nicht wenn ich nachher das video anschauen da denke ich mir boah da läuft sie doch mensch guckt doch mal genau hin ist mir schon ein paar mal passiert also hier sehe ich sie wirklich nicht haben voll eingetragen stifte sind auch drin auch hier vorne sind stifte drin hier unten in dem kleinen rattenschwanz sind auch stifte drin weiß nicht ob man sehen kann aber la madame zeigt sich nicht noch ein bisschen gewittrige stimmung aber doch sehr sehr warm jetzt hoffe ich dass ich glaube ich habe sie gesehen schon ja 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 da ist sie da läuft sie madame und ein schönes tier und ich habe sie das schönes tier sieht man sie da ist sie jetzt mache ich die damen mal wieder rein ich glaube ich glaube das war so und dann ist egal spielt keine rolle bei der wabe das ist ja eh nur die typische futter wabe die mache ich auch wieder rein die war auf jeden fall das kann ich gut absehen hier an dem deckel das ist ein bienchen nicht zu sehr ihre struktur durcheinander bringen von jetzt sind wir halt erst mal gebe ich da noch ein bisschen und deckel drauf dass die ihre ruhe bekommen und dann zum madame lock Ein paar Lidblättchen, ja ja keine Panik, ein schönes Tier. So, ordentlich Lack drauf, nochmal ein bisschen, so, Blättchen dazu. Und Madame wieder laufen lassen. So schnell geht das. Jetzt räume ich mal die ganzen Sachen, in der Zeit darf Madame trocknen. Und schon passt es für uns alle. Hier ist natürlich sehr schön, was ich hier geschenkt bekommen habe. Wisst ihr ja noch, die, die meine Videos anschauen, die wissen das. Natürlich mit Bienenfarmer, Hashtag Bienenfarmer eingelasert, oder ne, eingedruckt, ist ja ein Drucker. Schaut euch dieses prächtige Tier an, ist ja eine schöne Königin. Es ist leider nur eine F2, aber es ist einfach so, dass oft die F2 wesentlich besser ist. Die versucht auch ihr Krönchen abzustreifen, klar, logisch. Ist halt so, dass oftmals die F2 sogar besser ist als die F1. Deswegen darf man an sich hier erwarten, dass es bald abgeht. Ich denke, die hat jetzt genug Trocknungsprozess hinter sich. Ne, ich lasse die noch, ganz kurz lasse ich sie noch stehen. Manche Sachen sind wirklich sehr, sehr einfach. Gerade Königinzucht, klar, das funktioniert nicht immer sofort. Manche Zellen, hoppala, mein Stativ hat gerade einen Ruck gemacht. Manche Zellen werden halt nicht angenommen. Mein Gott, da macht man nochmal eine Zelle rein. Manche Zellen funktionieren prima. Und dann machst du auf, keine Königin da. Dann machst du halt nochmal. Also das mit der Königinsucht sehe ich überhaupt nicht als Problem. Wirklich gar kein Problem in der Enkerei. Wo ich ein Problem sehe, wenn ich jetzt zum Beispiel viele Königinnen produzieren würde, das wäre eine Kleinigkeit, das wäre ganz leicht, viele Königinnen zu produzieren. Und dann nachher nicht zu wissen, wohin ich sie geben soll oder wem ich sie geben soll. Ich könnte sie nur töten. Das mache ich nicht. Ich werde also immer entsprechend meiner Imkerei, meinem Umsatz, meinem Bedarf Königin ranziehen. Aber ich denke, jetzt hat sie genug getrocknet. Ich muss das Stativ irgendwie noch hinstellen im ganzen Gemüsegarten hier. Und jetzt lasse ich sie auch wieder einlaufen. Hat sie sich schon dran gewöhnt? Weiß ich gar nicht. Das Hinterteil reibt sie sich ganz kräftig. Ne, sie versucht noch hochzugreifen. Ist immer das gleiche. Immer versuchen sie das Krönchen abzustreifen. Geht aber nicht. Jetzt lasse ich sie aber wieder in ihr Volk zurück zu ihren Peoples. Ich werde bald noch ein bisschen nachfüttern müssen. Die haben hier noch ein Drittel der Futterkammer. Da ist noch was drin unten. Die haben aber auch hier gut eingelagert. Aber die sollen ja einen Strom haben. Die sollen ja ständigen Futterstrom haben. So. Ah, sie wird gleich begrüßt. Da kommen sie gleich angerannt. Tja, guck mal wie sie nach ihrer Königin suchen. Und da wird gefüttert und gemacht. Ja was jetzt? Geh mal runter. So. Die wollen nicht. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, dass die Königin nicht automatisch runterläuft. In die Beute zurück. Also in das Begattungskästchen zurück. Oder in die Beute. Und dass die Bienen hochkommen und sie gleich umgarnen. Aber es ist auch immer wieder was anderes mit den Bienen. Immer wieder gibt es was anderes. Also ich lasse euch das Drama jetzt ein bisschen beobachten. Nehmt euch ein bisschen Zeit mit. Es dauert eine gewisse Zeit. Denn die geben nicht so schnell auf. Voll belagert. Hat jemand sowas schon mal gesehen von euch? Ja was ist jetzt Mädels? Das gibt es doch gar nicht. Jetzt geht hier mal weg. Los. Weg hier. Ne die lassen sich nicht wegscheuchen. Die bleiben da drauf. Na ich hoffe die Königin überlebt. Sieht auf jeden Fall nicht aggressiv aus was hier abläuft. Aber es ist schon ein ziemliches Knäuel. Das muss ich jetzt weiter aufnehmen. Das ist so interessant. Noch nie erlebt. Ja die hängen da rum und füttern die Königin. Und lassen sie nicht runter. Oder hat sie keinen Bock runter zu gehen. Ich weiß es nicht. Immer wieder sehe ich ein bisschen blau durchschimmern zwischen den Bienen. Ich hoffe mal das hier gut geht. Schauen wir mal. Was rauskommt. So was wird es mir langweilig den Becher zu halten. Jetzt lege ich den einfach mal hin. Was machen die da in dem Knäuel. Gruppensext kann es nicht sein. Okay. Außer sie sind alle lesbisch. Aber das glaube ich mal nicht. Ist mir noch nie passiert. Sonst läuft die Königin immer relativ zügig. Wenn ich aufmache relativ zügig runter in die Beute. Und jetzt kommen die Bienen hoch und. Wollen da nicht mehr weg. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Na komm jetzt. Mach mal was. Morgen. Du hast. Da nach Jesus. Du hast. Lachen. Du hast. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020